Ich könnte aus dem Konzept gebracht werden. Ja, hier ist nix. Scheiße. Weiter hier. Ich würde auch offen drüber reden, als alles andere wäre schlimmer. Ich glaube, nein. Die hätten uns direkt gesagt, egal welche Seite du bist. Vor und danach noch einen mitnehmen. Da kommt, da kommt, da kommt was. Da kommt was. Einfach drüber weg springen, mein Freund. Was zur Hölle? Du hast mich getötet. Wie? Wie ging das? Du hast mir einen Kopfschuss gegeben. Was, ich? Ich hab mich gekillt. Getötet, du Hutschler, du Willis. Was, ein Antibate. Ich hab auf das Auto geschossen. Du bist da reingeschubst worden, tippe ich mal. Du hast mich gekillt. Ich kann das, natürlich. Scheiße.